Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Empire Earth. Und genau, wir waren beim letzten Mal hier wieder auf den Philippinen gelandet und wir wollten uns hier durchkämpfen. Haben wir Scharfschützen gebaut eigentlich? Ich habe jetzt nämlich noch eine ganz andere Idee. Ah, da ist der Flakpanzer, der mich eben ja genervt hat. Okay. Kommt ihr immer bitte zurück. So, das ganze Team, eins mal bitte zurück. Ah, 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 ah. Der Flakpanzer, so, weg damit. Wunderbar. Ah, der hatte ja dieser Flakpanzer da. Ähm, okay, Freunde. Ich habe eine andere Idee. Und zwar, ihr habt ja in der letzten Folge gesehen, wie wir da oben, äh, ziemlich maltrittiert wurden von der Artillerie. Dagegen können wir doch jede Menge Scharfschützen einfach bauen. Genau, und der Flakpanzer hier geht mir auf die Nerven irgendwie. Aber gut, bis dann halt so. Was versucht denn der da jetzt mit den Bürgern? Jawohl. Tiffel, hier was aufbauen. Lässt du das in Ruhe? Oh Gott. Lässt du das in Ruhe? Boah, guckt euch das an. Wie krass dieser General einfach ist. Nö, 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 nix da. Der will sich hier aufbauen, habt ihr es gesehen? Auf den General muss ich tatsächlich aufpassen auch. So, haben wir jetzt hier einen Panzer. Ja, der Panzer, der kommt da angerollt, aber... Ah, gut. Was wird denn gebraucht? Wir werden angegriffen. Och, Mensch, ja, der blöde Flakpanzer hier. Das ist... Das ist so intelligent. Och, du Heilige. Aber was sollen... Was sollen wir machen? Das sind halt Japaner. Die sind intelligent. Das ist einfach so. Ach, ja. Ja, 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 macht ihr mal. Schade, dass wir keine Jägerbombe haben. Ach, guckt mal. Da sind noch Ärzte. Wo ist mein Panzer? Ist weg, okay. Och Gott, Freunde. Wartet mal. Kann man vielleicht einen Panzer hierhin stellen? Für diese blöde Flugabwehrpanzer da. Zieh den mal bitte hier in die Basis rein. Oder so schnell wie möglich. Oder... Keine Ahnung. Komm. Nee, der bleibt einfach kackend reiß da oben. Na toll. Jetzt kann ich hier wieder meine Bürger... ...sortieren. Kannst du mal nach hier unten kommen? So, danke. Ah, verdammt. Der fährt wieder zurück. So. Nein, nicht auf den Panzer. Ich muss irgendwie diese Flug... ...diese Flakpanzer hier wegkriegen. So. Ja. Gott sei Dank, ey. Okay. Puh, ey. So, wir haben jetzt hier jede Menge Scharfschützen, Freunde. Die Scharfschützen... ...werde ich jetzt nutzen... ...um hoffentlich hier diese Artillerie wegzukriegen. Was wird denn gebraucht? Was wird denn gebraucht, ja. Ich brauche eine Master-Taktik hier. Auch wenn die sehr langsam sind. ...aber der Gegner sollte die eigentlich nicht sehen können. Ne, von daher... ...ja. Ach, du Heilige. Wo kommt der jetzt hierher? Gehen, machen wir mal einen Spezialangriff... ...mit dem General- und Heckschüssen. Was ist das denn? Jede Menge Ärzte. Okay. Oh Gott. Ja, geh nur auf mein General. Ist okay. Du Dreck-Sau. Echt. Du Dreck... Oh! What? Der hat auch Scharfschützen. Oh, Mann. Was soll denn das hier werden? General, mach die, äh, Dings kaputt. So. Äh, Mann. So. Ähm, Scharfschützen... Oh Gott. Die werden ja gesehen. Das ist das Blöde. Ja gut, dann, äh... Diese ganze Artillerie hier, die muss unbedingt weg, Freunde. Äh, genau. Mach den Turm kaputt. So, diese ganze Artillerie. Wo ist denn noch hier? Die Artillerie jetzt. Hä? Wo denn? Was? Was? Wo denn? Ach, da unten. Da ist sie. Ach, verdammt nochmal. Jawohl. Alles klar. Sehr gut. Ähm, das heißt, wir haben jetzt hier die Artillerie weg. Wir werden dran gegriffen. Das ist so geil. Dieser General hier. Boah, haben die eine mega Reichweite. Acht. Ja, okay. Jawohl. Jetzt lasst euch doch nicht kaputt schießen von dem Turm. Oh, Mann. So, das heißt, die Artillerie. Oh, so. Was wird denn gebraucht? Okay, das ist nur Flaggpanzer zum Glück. Hahaha. Ah, die Sniper sind zu gut. Echt. Hallo, was macht ihr denn? Pfff. Die Sniper sind angegriffen. Diese dummen Einheiten teilweise, Leute. Das ist echt beknackt hier. Ach du Scheiße, das ist aber jetzt gerade ein bisschen viel. Alter. Alter, was macht ihr denn? Was macht ihr denn? Das ist jetzt aber uncool hier. Pfff. Okay. Dann rein hier. Los. Boah, der leistet aber extreme Gegenwehr. Muss man ja tatsächlich mal so sagen, ne? So, hier Schlacht. Los. Kleine Schlacht hier. So. So. Dann der General. Der muss jetzt unbedingt erstmal hinten bleiben. Mach die kaputt. Los. Okay, und alle da oben rein. Das heißt aber auch, der Weg nach Ormok ist frei. Freunde. Der Weg ist frei. Ja. Der Weg ist tatsächlich frei. Oh. Oh, ja. Sehr gut. Wir haben hier einiges an Scharfschützen. Falls wir die nochmal brauchen sollten. So. Ja, dann nehme ich nochmal ein Team 1, Freunde. Und kämpfen wir uns mal den Weg durch hier. Diese Straße wird nicht gut verteidigt. Ich versuche uns die Transporter zusammenzustellen. Und umgehen sie damit, die Japaner. Zerstören sie die Militärgebäude in der Nähe der Docks von Karigara. Ja gut, aber ich meine, wir sind doch schon fast da. Also, ja. Dann machen wir hier jetzt mal alles kaputt. Ich mache jetzt einfach alles kaputt hier. Los. Was soll denn noch der Geiz? Hallo, ihr sollt alles im Arsch machen. Danke. Und ja, Freunde. Dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier eingeschaltet habt. Bei Empire Earth. Dann hoffe ich, dass euch das nach wie vor gefällt hier. Moschee. Wie war jetzt hier weiter Japaner vernichten? Und genau. Ja. Ich hoffe, euch geht es soweit gut. Mir geht es sehr gut. An dieser Sonntagnacht. Samstag auf Sonntag. 2 Uhr. Und ja, konnte nicht schlafen. Deshalb mal eine Nachtaufnahme hier. So, ich habe einen Arztsterben hören. Was ist das denn hier noch? Das ist eine Artillerie. Ja, oder eine... Ja, gut. Schießt euch einfach hier durch. Das ist ganz schön viele Militärgebäude. Muss ich ja ganz ehrlich mal so sagen. Das sind ganz schön viele Militärgebäude. Hier, guckt euch das an. Wo werden wir angegriffen? Ach, da. Okay, ja gut. Das ist aber okay. Ah ja. Ja, ihr macht bitte alle mal auf diesen Bunker da. So. Und die Panzer bitte auf diese Horbitze. Oh Gott, das bringt ja gar nichts. Ihr seid witzig. So. Macht einfach alles dem Erdboden gleich hier. Guck mal, der hat hier eine Panzerfabrik aufgebaut. Macht diesen Bunker plattlos. Und ihr beide macht bitte hier das kaputt. So. Boah. Die schießen sich aber weiter durch. Hier finde ich gut. Ach du Heilige. Die Scharfschüsse, die können ja dann hier unten hin. Sehr gut. Ihr könnt da schön reinballern. Ja, finde ich gut. Ja komm, dann helft ihr mal dem Panzer da. Das ist jetzt eine ereignisreichere Folge. Als die letzten. Ähm, ja. Weil wir ja jetzt hier alles dem Erdboden gleich machen. Okay. Was machst du denn da oben? Ich hab dir gesagt, du sollst hier zurückziehen. Tööö. Genau. Die ziehen ganz schön viel ab. So, der General kann dann mal hier nach hier vorne. Okay. Oh, was ist das denn? Ein abgestürztes Flugzeug. Das tut mir aber nicht leid. So. Das heißt, wir können hier weiter... Was versucht er da? Mit den Bürgern. Versucht er sich hier wieder aufzubauen? Oder was ist hier los? Was ist das denn? Ein Buddha-Statue. Okay. Der versucht sich hier wieder aufzubauen. Boah. Guckt euch mal diese Produktionsgebäude an. Ist das nicht krass, was die hier alles haben? Heavy, Freunde. Echt heavy. Kaputtes, äh... Kaputter Laster. Okay. So, dann macht ihr bitte diesen Bunker dann noch kaputt. Und ihr könnt bitte noch mal gucken, ob der sich hier tatsächlich irgendwo aufbaut. So. Jawoll, ihr ballert euch mal durch, ja? Haben wir gerade echt das Schatzzentrum hier kaputt gemacht? Äh, ja, scheinbar. Okay. Das heißt, wir machen hier alles kaputt. Nee, er hat sich nicht aufgebaut. Aufgebaut, okay. Jawohl. Sehr gut. Alles klar. Dann können wir die Scharfschüsse direkt mitziehen. Die machen hier einen guten Job. Dann können wir uns hier weiter durchkämpfen, oder was? Wollt, was machst du denn? Arzt! Och. Die Ärzte wieder, ne? Fühlen sich wieder als die Helden der Nation. Und wir gehen dann Selbstmord. Die Wartner, wir werden angegriffen. Ja, komm. Die Bunker kriegen wir kaputt. Los, Freunde. Die Bunker kriegen wir kaputt. Alles klar. So. Wir rücken weiter vor. Boah. Boah, das macht Spaß, ey. Das macht echt richtig Spaß. Naja. Die Scharfschützen, die machen da ihren Job. So. Der General hat aber auch nichts gefunden. Sehr gut. Okay. Ähm. Aber. Haben wir hier oben noch irgendwas? Okay. What? Ach da, eine Bazooka. Boah. Der Breakneck-Kamm muss geräumt werden, um Norormak angreifen zu können. Aha. Okay, Freunde. Das heißt, wir müssen uns hier ja durch, durchkämpfen. Oh, 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 oh. Okay, das ist viel. Das ist gerade echt ein bisschen viel. Oh mein Gott. Ja gut, aber wir haben ja noch unsere Scharfschützen hier. Greift sie Ormok im Süden und im Norden und Süden an. Okay. Alter, dieser Bunker. Boah, diese... Holter, gehen wir zurück. So, das heißt, wir haben hier tatsächlich wieder unsere Einheiten verloren. Alles bis auf eine Artillerie. Aber die kann schön auf den Bunker da schießen. Oder beziehungsweise auf die, genau, auf die Haubitze. Jawohl. Genau, schießt das kaputt, bitte. So, der General ist vollgeheilt. Das ist nämlich auch das Geile. Das passt sogar ziemlich genau mit dem Timing. Nein, schießt zuerst diesen Bunker hier ab, bitte. So, der General ist vollgeheilt. Das heißt, ich mach mal mit dem hier, genau. Schießt diesen Bunker kaputt. Dieser General ist so okay. Das gibt's gar nicht. Okay. Ähm, dann. Schießt bitte die Artillerie kaputt. Danke. So. So. Und dann die Scharfschützen. Auf den Bunker. Da ist irgendwo immer noch eine Artillerie. Was machst du denn da? Ach so, ach ja, cool. Genau. Schieß weiter drauf da. Du kriegst die Bunker schon noch kaputt. Sehr gut. Dieser General ist ein wirklicher Kriegsheld. General Krüger. Boah, diese Drecksartillerie überall. Boah, ist das krass gerade. So. Mehr brauche ich nicht. Ich muss nur die Artillerie weg haben. Och, der arme Vogel. Der arme Vogel, Freunde. Na, okay. Äh, äh. Bleib mal zurück. Genau. Bleib mal zurück. Und, äh. Ihr. Schießt bitte mit da drauf. Wo kriegt der jetzt noch die Flieger her? Ja, okay. Äh. Alles klar, wunderbar. Dann. Könnt ihr bitte alle helfen? Da machen wir es jetzt ganz geschickt hier. So. Nein, 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 nein. Oh. Diese Artillerie. Okay. Ähm. Da muss ich jetzt aufpassen. Wartet mal. Ich speichere das mal. Wir sind ja schon ein ganz schönes Stück vorangekommen. Wir. Amerikaner. So. Ähm. Ja. Wo ist diese blöde Artillerie? Oh Gott. Da ist mir ein bisschen viel Artillerie hier, deswegen. Da unten. So. Und zurück und zurück und raus, 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 raus. Was machst du denn auf hin und her? Ja. Verdammt. Zum Glück habe ich es gespeichert. Zum Glück habe ich das gespeichert, Freunde. Boah, was für eine Mission das ist. Also doch. Also das ist mit... Das ist dann tatsächlich mit einer der schwierigsten Missionen, die ich hatte. Tatsächlich, Freunde. Auch vor allem wegen der Artillerie, die der Gegner hier hat. Einfach weiter, einfach drauf. Und kaputt machen, genau. Da ist noch ein Heckenschütze. So. Wunderbar. Und raus, und raus, und raus. Und raus, und raus, und raus. Ja, boah. Okay. Ihr habt auch fast kein Leben mehr. Wartet mal. Ich baue euch mal eine Verstärkung. So. Was zur... Wo denn jetzt schon wieder? So, egal. Äh, gut. Die andere Kaserne ist weg. Danke für nichts. So, Freunde. Was brauchen wir denn hier? Äh, Maschinengewehre. Und Marine-Soldaten. Und Marine-Soldaten. Kommt. Kommt auch mal bitte hier oben hin. Ja, dann sammeln wir mal neue Einheiten hier. Ähm. Panzerfabrik habe ich auch keine mehr. Ja, super. Aber es ist jetzt, glaube ich, auch egal, oder? So viel... Ja, gut. Er hat halt sehr viele Bunker. Aber Bunker kann ich mit einer Artillerie platt machen, hoffe ich. Hm. Au. Scheiß Artillerie. Ja, okay. Ähm, dann ist Team 1 halt weg. Die steht da oben. Die Sackartillerie, ne? Jawohl. Ja, Sir. Positiv. So, ihr habt eine Reichweite von 9. Die haben eine Reichweite von 8. Alter! Wie weit kann das Ding schießen? Dann werden wir es angegriffen. Pff. Ja, okay. Ähm. Ich brauche einfach jede Menge davon, dann ist gut. Ich kann jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht so lange warten. Kommt mal hier hoch. So als Verstärkung hier. Ihr wisst da wat. Ich werde jetzt hier warten, bis der fertig ist. Dann macht der die ganzen Bunker platt. Ja, lauft einfach durch. Ach du Kacke, ey. Aber hier, hier seid ihr doch safe. Ihr seid ihr doch eigentlich safe. Ja, hier seid ihr safe. Wunderbar. So, was ist jetzt hier? Greifen sie auch mal gleichzeitig aus dem Norden und Süden an. Warum gleichzeitig? Brauchen wir doch gar nicht, ey. Ähm. Warte mal, guck mal, guck mal, guck mal die Karte an. Das ist tatsächlich hier durch den Wald, ne? Warum gleichzeitig? Das brauchen wir nicht. Wir müssen den Typen nur, äh, ans Stadtzentrum bringen. Oder? Wartet mal. Ähm. Ich guck mal hier die. Bringen sie ins Zentrum von Ormark, um die Stadt zu übernehmen. Okay, okay. Okay, ins Zentrum, also. So. Genau, ihr schießt euch hier durch. So, jetzt ist es sehr gut. So, der General hat wieder, äh, hat auch wieder ein bisschen Power. Das ist ganz gut. So, okay. Das heißt, dann deckst du bitte nicht die, ähm, Heckenschützen auf. General, ich wollte schon sagen, warum sieht der die? Okay. Die, äh, die, äh, sehr gut. Wir haben die scheiß Artillerie weg. Na, Gott sei Dank. Na, Gott sei Dank. Okay. Ähm, das heißt, wir können dann mit denen die restlichen Bunker platt machen. So. Ah, sehr schön, Freunde. Das ist gut. Dann können wir hier alles platt machen. Äh. Du. Zurück. Alter. Das ist immer so knapp, ey. Okay. Der General, der hat auch noch ein bisschen Wasser und Kraft. Lauft aber nicht in die Reichweite rein. Sehr gut. Okay. Haha, wunderbar. Hier kommt bitte auch hier vorne hin. Bis die Verstärkung kommt. Ja, Sir. Ja, und der General, der kann sich um das, um den anderen Bunker da kümmern. Oder hier helfen, genau. Helf mal. So. Und hier alle zusammen, äh, raus. Da ist noch, das sind noch Heckenschützen von ihm. Ja, jawohl, Sir. Was wird denn gebraucht? Jawohl. Wir werden angeschlossen. Äh, okay. Da versucht einer mein General zu erschießen. Jawohl. Oh Gott, das ist ein bisschen zu. Alter. Jawohl. Nein, das... Nein, das... Verdammt mal. Der Break in the Camp wurde geräumt, ja. Verdammt. Könnte ich jetzt wieder da anfangen? Äh, echt jetzt? Wartet mal. Ja, tatsächlich. Ach, Mann. Können wir jetzt wieder hier, äh, ihr nervt. Das nervt doch wirklich, Freunde. Sorry. Aber das muss doch nicht sein. Dieser blöde General hier. So. So. Ähm, dann geht ihr mal bitte hierhin. Dann haben wir jetzt, äh, so. Lauf doch nicht in das Feuer rein. So, dafür kann diese Artillerie jetzt diesen Bunker hier kaputt schießen. Okay. Wer schießt denn hier? Wer schießt denn hier? Auf meinen General. Oh. Du Sack, Alter. Echt. Penner. Penner. Richtiger Penner ist das. Der muss sich jetzt erstmal... Der muss sich hochheilen. Ja. Och, Mann. Ich war gerade so schön weit. Ja. Ach, verdammt. Das nervt mich gerade. Das nervt mich gerade echt. Ähm. Schade, Mann. So. Ja, der kann er... Ach, der General müsste eigentlich mal ein bisschen erkunden. Ach, stopp. Jawohl. Ja, aber sobald ich hier erkunde... So, ah, sehr gut. Alter, alter, alter. Okay. Kannst du nicht irgendwie weiter sehen, als der Bunker schießen kann und die Artillerie? Ach, stopp. Jawohl. So kriegen wir die Kack-Bunker weg, Freunde. So kriegen wir die Kack-Bunker weg. So, und bam. Weg damit. Sehr schön. Ja, und die... Ja, die können hier helfen. Genau. So, und weg damit. Sehr gut. Und bitte... Hier oben. Warum seht ihr die? So, und schießt die Artillerie kaputt. Drecksding. So. Drecksteil. Aber gut, wir haben jetzt hier zumindest noch eine Artillerie. Wir werden angegriffen. Ist zwar... Nö, okay. Genau, der General hilft auch mit. Sehr gut. Alles klar, zum Glück haben wir diese Fernkampfeinheiten hier, Freunde. Ach, Gott sei Dank. Wir haben... Wir haben es wieder... Wir haben es wieder ausge... Ach, der General. So, der Breakneck... Kamm wurde geräumt. Alles klar. Das heißt, wir können nun eigentlich schon hier rein. Ja. Um die Stadt zu übernehmen, ja. Ach, da ist jetzt wieder so ein... Der General wieder. Lass doch den General hin. Verdammte Heckenschützen. So. Der General steht unter Dauerbeschuss hier. Meine Güte, ey. So. Boah, ey. Versteck dich mal. Speichern. Äh, was? What? Von wo? Jawohl. Okay, Gott sei Dank. Speichern war das genau. So, da möchte ich bitte aber immer noch mal gucken... ...Opfer mit den Einheiten, die wir jetzt gebaut haben hier. Das sind ja doch wieder ein paar. Ob wir damit jetzt wieder was reißen können. Das würde ich sehr gerne wissen. Positiv. Jawohl, Sir. Schießt mal bitte alles kaputt, was ihr hier seht. Positiv. Oh, cool. Die sind ganz schön stark, die. Sehr gut, ey. Die Heckenschützen, die machen echt einen guten Job. So. Die Artillerie kann mit nach vorne kommen. Und der General bitte in den Feuerschutz. Genau, die Artillerie kann bitte mithelfen hier. What? Okay, sehr schön. Ey, da ist noch ein Bunker. Warum ist da noch ein Bunker? Ach, kommt, Freunde. Wenigstens in dieser... ...in dieser Folge würde ich gerne noch die Mission hier hinkriegen. Bunker, du schießt bitte... Ach, Bunker. Artillerie, du schießt bitte auf den Bunker da vorne. Ja, Freunde. Da ist ein blöder Flughafen. Was ist das denn? Burgturm. Wozu das denn? Wozu brauchst du Burgturm? Naja, gut. Alles klar. Die Verstärkung ist auch da. Das heißt, die können ja eigentlich direkt hier vorne hin, ne? Genau. Ach, die Hecke Schütze sind schon stylisch, muss ich sagen. Guck euch das an, wie schnell die die Gebäude hier kaputt machen. Zack, zack, zack. Kaputte Panzerfabrik. So. Bürgerin platt machen. So. Das ist so cool. Pats, 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 die Sniper hier. So. Konfekt. Sehr gut. Genau. Der schickt jetzt nämlich alle seine Bürger hier hin, habe ich das Gefühl. Oh. Wo kommt denn die Panzerabwehr her? Na gut, okay. Die ist aber dafür dann direkt kaputt. Sehr gut. So. Kämpft euch einfach weiter durch hier. Wir müssen ja alle Militärgebäude hier kaputt machen, ne? Du kannst bitte auf das Flugfeld schießen. Der General macht die Bürger schon kaputt. Oh. Und ja, Frey, dann haben wir mal einen Angriff auf eine etwas andere Art hier. Ja, wobei. Die Verstärkung, die können wir doch jetzt eigentlich auch zu Team 1 wieder zusammen mischen hier. Okay, dann. Team 1 bitte auf das Flugfeld. So. Wunderbar. Okay, dann. Drauf da. Los. Scharfschutz in diesem Bunker bitte kaputt machen. So. Wunderbar. Okay. Eieieiei. Warum hat der so eine Reichweite? Hö, die Bomber. Boah, zum Glück haben wir das Flugfeld endlich weg. So, der General muss sich hier... ...hier reinschicken. Ha, okay. Sehr schön, Freunde. Oh, Gott sei Dank. Gut gemacht, Männer. Das war eine lange Schlacht. Ich weiß, ihr seid müde und ihr werdet bald abgelöst. Die Schlacht um Luzon liegt vor uns. Und danach Japan. Ach, dann geht es noch weiter auf der nördlichen Insel. Ach, krass. Okay. Ach, ich glaube, wir haben es geschafft. Was, eine Mission. Das war ganz schön viel gegen wir, muss ich sagen. Ja, haben wir es jetzt? Haben wir es? Haben wir es, oder was? Wir haben es. Okay. Sehr schön. Boah. Das war schon... Gut, die Gegner hat überall Mühlen gebaut. Das war schon eine krasse Gegenwehr, muss ich sagen. So, hier wäre die Südstraße gewesen. Aber wie gesagt, hier ist ja der Wald. Wären wir nicht durchgekommen. Hätten wir uns mit den Bürgern durchkachsen müssen. Aber nee, komm, Freunde. Gut, Freunde, ich bin müde. Bis hier weiter geht es immer dann beim nächsten Mal in der nächsten Mission. Und, äh, genau, die nächste Mission wird tatsächlich die letzte. Der Fleischwolf, alles klar, was für ein Name. Ja, gut, Freunde, ähm, da würde ich einfach mal sagen, ja, wenn euch diese Frage gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Äh, würde ich mich sehr freuen. Erzählst gerne weiter den Kanal. Und, ja, wenn ihr Bock mal ein bisschen privat zu quatschen oder so, kommt gerne auf meinen Discord-Server. Ich würde mich freuen. Link ist in der Beschreibung. Und, ja, dann würde ich sagen, würde ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Ne? Tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss.